Also heute jagen sie Perle kaum. Schauen wir mal, wo die ist. Da ist sie. Der Stall ist auf, alle Hasen sind da draußen. Im Wohnzimmer, Kinderzimmer sind natürlich zu. Dürfen sie nicht, außer die Kinder nehmen sie mit. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also heute muss ich sagen, ich glaube, sie haben die Perle akzeptiert. Keiner jagt sie. Perle, gehörst du zu zur Wande? Gehört die Perle dazu zur Hasenbande? Jetzt, jetzt, guck, guck, guck. Lieb sein. Lieb sein. Jawohl. Ja, fein. Und als nächstes lecken sie sie dann ab und pflegen sie. Oh, freut mich das jedes Mal. Oh, das ist immer so schön, wenn sie einen Hasen, den wir neu haben, akzeptieren. Es gibt gar nichts Schöneres, wirklich. Guck mal. Ja, wach hier. Ja, so ein Lieber bist du. Guck mal die Perle. Das ist dein Baby. Mach sie mal sauber, ha? Wach hier. Mach Perle sauber. Mach Perle sauber. Mach Perle sauber. Mach hier. Na, freut die Mami sich, wenn ihr so liebe Hasen seid. Na, freut die Mami sich. Lass dich doch mal schnuckeln. Du rennst mir nicht davon, gell? Komm mal hier. Oh mein Schade. Du auch schon weg von der Mami? Hab ich keinen Kuschelhase mehr. Oh je. Hä? Jetzt sind sie wieder alle. Wo seid ihr alle? Ah, da unter der Couch. Wo seid ihr? Da sieht man sich alle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Lieblingsversteck. Gut. Tun wir jetzt das Badezimmer putzen. Gehört? Draußen haben wir es auch schön sauber gemacht. Komm mal. Schaut mal, wie schön die man geputzt hat. Alles hab ich geputzt, alles. Hm. Hab ich wieder ein Dach gebaut. Müssen wir danach das noch dazu machen. Dann dürfen die Hasen wieder raus. Ja und die Sonne scheint. So schön. Ronjas Putzeltaggeschenk. Ein Smartphone für die Ronja zum Geburtstag. Bis zum nächsten Mal. Thanks dann. You, LEG.